Wie in jedem Jahr auch dieses Mal wieder mit dabei, der Gaukelzirkus im Zelt. Hier wird den ganzen Tag lang fleißig geübt. Es gibt Trapezartistik, Akrobatik, Zauberei, Clownerie, Drahtseilartistik und Einradfahren. Lassen Sie sich anstecken von der Begeisterung der Kinder. Hallo, du trainierst hier in der Einradgruppe? Ja. Das sieht nach sehr hartem Training aus, sehr anstrengend. Der Tag ist ja heute fast zu Ende. Was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Es gibt vormittags verschiedene Gruppen und nachmittags. Man muss sich vormittags und nachmittags eine aussuchen. Dann trainiert man da die verschiedenen Sachen und übt. Das heißt, du hast heute in zwei Gruppen trainiert. Am Nachmittag war das das Einradfahren und heute Morgen? Heute Nachmittag habe ich auch noch Leiterakrobatik gemacht. Heute Morgen war das nur Akrobatik. Ja, ich habe den Eindruck, du hast da sehr viel Spaß dabei. Du bist sicher nicht zum ersten Mal hier, stimmt das? Ja, ich mache zum achten Mal mit. Zum achten Mal? Das macht immer noch Spaß? Da hat man immer noch was Interessantes, was man findet? Ja, es sind ja auch noch andere dabei, die auch schon zum neunten Mal mitmachen. Und dann macht das trotzdem noch Spaß. Vielleicht gerade deshalb, weil man die Freunde wieder trifft, Jahr für Jahr? Ja. Dankeschön. Ja. 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 Das istig. Ja. 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 Ich bin soft.